Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop offeriert Ihnen farbenfrohe Bettwäschgarnituren zu traumhaft günstigen Preisen. Die Anzeuge für Küsse und Decken sind aus 100% Baumwolle in einer pflegeleichten und bügelarmen Qualität. Man kann wählen zwischen den verschiedenen fröhlichen Dessen und harmonischen Farben. Dazu passend gibt es die praktischen Fixlinntücher aus elastischem Jersey in den gängigsten Grössen. Besonders Spass macht das Duschen und das Bade mit einer kuschelig weichen Frottierwäschgarnitur, die es jetzt bei Coop ebenfalls als Sonderangebot gibt. Diese Wäschleppen, Frottier- und Badetücher sind aus 100% reiner, besonders saugfähiger Baumwolle hergestellt und man kann sie bei 60 Grad waschen. Diese vorteilhaften Bettwäsche- und Frottierwäschgarnituren sind jetzt in allen Coop-Center erhältlich, wo das Plakat hängt und in allen Coop-Warenhäusern. Ebenfalls in Ihrem Coop-Warenhaus findet Sie jetzt natürlich eine speziell grosse Auswahl an exklusiver Bettwäsche von den bekanntesten Qualitätsmarken. Klassisch, elegant in Satin, mit einem Hauchromantik oder modisch kombiniert. Der beste Start in einen erfolgreichen Tag ist immer noch ein richtiger Morgen. Der herrlich duftende Kaffee Haag können auch empfindliche Leute geniessen, weil er Herz und Nerven schont. Ob man sich alt oder warm trinkt, die Pastemilch mit ihren wertvollen Bestandteilen macht es sofort munter und der schmackhafte Biota-Fit-Frühstückstrink gibt einem gesunde Energie für den ganzen Tag. Im feinen Floralp-Vorzugs-Butterus-pasteurisierten Rahmen hat es natürliche Vitamine A und D. Er gehört einfach zum knusprig-frischen Coop-Brot, genau gleich wie eine der fruchtigen Midi-Konfitüren im neuen, praktischen Glas. Zur Abwechslung kann es auch ein Stück Teilseiter sein, vom grünen milden oder vom roten kräftigen. Bevor Sie Ihre nächsten Ferien planen, schauen Sie doch einmal, was Popularis bietet. Jetzt sind nämlich die neuen Ferienkatalöge mit zahlreichen, super günstigen Angeboten hier. Die neuen Popularis-Katalöge kann man mit dem Coupon aus der Coop-Zeitung von dieser Woche bestellen oder in jedem Popularis-Reisebüro abholen. Verschiedene Gala-Frischeier-Teigwaren sind jetzt günstiger geworden. Profitieren von diesem Preisabschlag können Sie unter anderem bieten Gala-Nudeln, Gala-Spaghetti und Gala-Hörnli. Und brauchen Sie die Hörnli auch gerade beim Coop-Rezept dieser Woche. Man schaltet um in die Studioküche. Heute haben wir ein Rezept für ein einfaches, sehr schmackhaftes Gericht parat. Hörnli mit Boulet-Leberen. Die angetaute Boulet-Leberen haben wir gewehr in die Streifen geschnitten. Wir dämpfen eine Ziebele und Kacki-Peterli im Anken an. Wir geben die Leberen dazu. Wir dämpfen sie kurz mit, streuen ein bisschen Mehl vor und löschen ab. Wir lassen alles kurz anziehen. In der Zwischenzeit haben wir die Hörnli in viel Salzwasser al dente gekocht, abgetropfen lassen und auf eine vorgewärmte Platte angerichtet. Wir haben zum Schluss die Leberen drauf verteilt und richten sofort an mit grünem Salat. Das Rezept, das wissen Sie, fangen Sie an in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche einen guten. Das wäre es gewesen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt prächtige Azalea eine Pflanze für nur 84. Und in der Coop-Do-It-Yourself gibt es da praktisch Transportrolli für nur 20 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Pakete Napoli-Spaghetti, statt 3,60 nur 2,40. Machi-Suppe, sechs Sorten statt 1,5, nur 75 Rappen der Beutel. Und drei Sorten statt 1,25 nur 95 Rappen der Beutel. Zwei Stück Serval statt 1,80 nur 1,40. Zweimal ein Liter von allen Coop-Fruchtsäften im Pure Pack sind jetzt 60 Rappen günstiger. Herdöpfel Bintier, zweieinhalb Kilo nur 2,40. Und am Wochenende ein Butterzopf an 650 Gramm statt 4 Franken nur 3,20. Moro Blutorangen, das Netz an 2 Kilo nur 2,40. Tragtaschen an 4 Kilo nur 4,60. Auf Wiedersehen!